Das ist schon viel Star-Appeal. Läuft ganz klar an der Tür vorbei, vor lauter Sonnenbrille. Na? Ich bin der Lukas, komme aus Brasilien. Ich lebe in Deutschland seit acht Jahren ungefähr. Du hast den Superstar-Look, muss ich sagen. Ich würde so gerne deine Augen mal sehen. Darf ich? Kannst du, ja. Und ist dein Herz in der brasilianischen Musik auch? Ja, wir Brasiliener wachsen mit Musik auf wie die Bayern mit Bier. Und tanzt du auch oder was machst du noch? Wenn sie mit mir tanzt, dann schon. Ah, Ilse! Wirklich? Ja! 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 Das könnt ihr auch! Der macht ganz wenig, aber da drüben quasi. Jepa! Ja, ja, aber sehr schön. Super! Danke euch! Cool! Danke! Vielen Dank für die Chance! Ja! Na, dann sind wir jetzt mal gespannt, ob du uns auch mit dem Gesang so überzeugst. Ja! Ja! Was hast du vorbereitet? Kelly's Whisper von Joel Michael. Ist auch mein Lieblingssong. Okay! Dann probieren wir das! Dankeschön! Weiter teil! Auch einmal! I feel so unsure As I take your hand And lead you to the dance floor As the music dies Something in your eyes Cause to mind a silver screen Though we'd said goodbyes I'm never gonna dance again Guilty if we have got no rhythm Though it's easy to pretend I know you're not a fool Should've known better than to cheat a friend And waste the chance that I've been given So I'm never gonna dance again The way I dance with you Reicht uns, oder? Ja! Gut, Dankeschön. Du hast so einen faszinierenden Ton. Ich finde es super einfach. Ich finde das total Parkett, finde ich, wow! Mich stört an deinem Auftritt, dass du erst mal noch sehr distanziert wirkst. Wenn du ein Star werden willst, musst du uns alle irgendwann einfangen. Du hast eine tolle Stimme, aber ich würde dir nur ans Herz legen, leg die Brille ab und lass uns mit dir gemeinsam wachsen. Lass uns dich kennenlernen. Du hast einen schönen Ton in der Stimme, aber es war alles ein bisschen so in der Mitte. So hast du uns jetzt nur ein bisschen von dir gegeben und deshalb für mich im Moment ist es leider ein Nein. Tobi, nein, Ilse. Aber... Für dich? Aber ich glaube, das ist da. Ich glaube, du hast es in dich. Also wir haben ein Nein, wir haben ein Ja. Florian, das liegt an dir. Ich lass dich hier eine Runde weiter. Okay, cool. Hier gibt es jetzt dabei. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ich habe es geschafft. Bei ihm war das wirklich überraschend und auch gut. Also ein etwas Besonderes. Halt, halt! Das Video ist noch nicht vorbei. Habt ihr Lust auf noch mehr Gesang und Musik? Dann schaut hier oder klickt hier. Dann kommt ihr direkt zu allen Shows auf RTL Plus. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020